KRONE HIT. Wir sind die meiste Musik. KRONE HIT und Tipp 3 präsentieren die unglaublichste Wette zur WM 2014. Hey, Captain Luke hier aus Guten Morgen Österreich. Und wir haben bei KRONE HIT die unglaublichste Wette zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Mensch gegen Hund. Wir haben einen sehr, sehr süßen Redaktionshund namens Eloise. Ist sehr süß, hat aber keine Ahnung vom Fußball. Der Fußball tritt an gegen mich, Captain Luke, der alte Fußballspieler, ich kenne mich aus in Sachen Fußball. Und wir haben uns folgendes überlegt. Wir sind hier auf einem Fußballplatz und es wird folgendermaßen ablaufen. Der Fußballplatz hat ja zwei Hälften. Wir verwenden die linke und die rechte Hälfte für die jeweiligen Teams, die gegeneinander antreten im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und natürlich auch im Finale. Und ich werde mich dann für eine Seite entscheiden. Dann werde ich diesen wunderschönen Ball hier in die Mitte kicken. Und Eloise wird den Ball dann nachhecheln und nach zehn Sekunden in irgendeinem Bereich stehen bleiben. Und das ist dann Ihr Tipp. Und dann schauen wir, wer von uns zwei sich zum Team beschäftigt.